Das Nachwuchsteuerungsprogramm von Body Xtreme, ein sehr schönes Ding, seit 2001 ist Body Xtreme selber am Start und Body Xtreme Revolution, dieses Nachwuchsteuerungsprogramm, ist jetzt in der 9. Staffel, darauf ist Body Xtreme natürlich zu Recht sehr stolz und dabei werden Bodybuilding-Talente in ganz Deutschland besucht, also natürlich auch hier auf der FIBO Power und dann mit Hilfe von Weltmeistern und Profis wie Horst Wetterau, Roman Nebier oder auch Roman Fritz, auf den ersten, ganz ganz wichtig, auf den ersten Wettkampf vorbereitet. Und die Athleten, die gleich hier auf der Bühne stehen, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, haben noch nie für einen Wettkampf auf der Bühne gestanden. Das natürlich versteht sich von selbst, wenn das mit zum Programm gehört. Und um uns jetzt nochmal so ein bisschen in das Thema einzufühlen, schauen wir uns kurz den Trailer dazu an. Talent schlägt niemals Fleiß, ein Fleißiger schlägt ein Talent hier an. Aber wenn du beides besitzt, wirst du unbesiegbar sein. Hey, kämpft! Kämpft! Irgendwas? Ich würde dich noch tippeltropfen, ansonsten soll man nur spielen. Alles klar! Hey, hey, hey! Gut, mit meiner Runde sag ich, vielen Dank und geht trainieren! Ja, wir alle folgen ja schon den Worten von Noah, der ihr geht trainieren und das haben die Athleten, die wir jetzt gleich sehen, auf jeden Fall getan. Wir sehen jetzt, wie gut die Athleten der neunten Staffel von Body Extreme Revolution trainiert haben. Auf der Leitwand ist jetzt gleich zu sehen, das Vorher und eben das Nachher dann hier auf der Bühne. Das ist ein schöner Abgleich und die Bilder rechts und links sind aus dem Januar 2017. Und den Start, und da brauche ich auf jeden Fall jetzt auch so einen schönen Startapplaus von euch, macht Anna Schulz. Anna trainiert seit drei Jahren und startet in der Figurklasse. Sie ist 26 Jahre alt und freut sich. 20, okay, das war hier so handschriftlich. 20 Jahre alt natürlich. Anna Schulz, die erste hier auf der Bühne bei der Body Extreme Revolution Show. Das sagt gerne nochmal mit einem Applaus aus Amalya, vielen Dank. Anna Schulz, 20 Jahre alt, hier aus der Stivo-Power-Bühne für Body Extreme Revolution. Und jetzt sollte hinten warten Niklaus Hazzuella. Starter im Classic Body Building, ist 28 Jahre alt und trainiert seit sechs Jahren. Und wir sehen gerade hier auf der FIBO Power Stage die Body Extreme Revolution Show. And then, das heißt das heißt das ist dieses Training teenage Ayった. So will you Kollegen bundet�ament mit einem mate zu machen? Und wir sehen had nicht mehr, wir sehen uns. Und wir sehen uns jetzt einfach so einen schönen Tag. Soweimlich machen sich, dass er da ein paar Jahre, halten Kont Fit denu-Fin. So will you brother dir? Oder wenn wir sprechen? Und wir sehen uns noch ein paar Jahre, Die Sheikh ist Zeit, und wir nehmen die schwachen! Wir sehen uns schon mal schön. Wir sehen uns! Vielen Dank, einen Applaus, eines der Talente im Nachbuchs-Körnerungsprogramm von Body Xtreme unter dem Titel Body Xtreme Revolution. Und für alle, die jetzt hier im Publikum stehen und auch mal Lust haben, entweder bei den Damen in der Bikiniklasse oder bei den Herren in der Mainz-Fusik-Klasse an den Start zu gehen und sich da dann wirklich schon detabieren, Athleten zu messen, hat Body Xtreme Soma auf jeden Fall noch die passenden Events zu bieten. Ich blieb Sie hier gerne mal in die Runde, denn gemeinsam mit dem BWRV entwickeln Body Xtreme immer wieder viele neue Wettkampf-Ideen, wie den Cologne Beat Sky, der hat zum Beispiel die Mainz-Fusik-Klasse in Deutschland über die Zeit interiert. Außerdem gibt es den American Dream, da ist ganz schön, bei dem wird nämlich der Sieger mit zum Mr. Olympia nach Las Vegas genommen und da dann die Gelegenheit bekommen, auf der Olympia-Bühne zu stehen. Und dann gibt es neu in diesem Jahr Lubeca Muscle Beach, das ist ein Open-Air-Straht-Event in Lübeck, wir sind am 8. Juni eben an der Ostsee-Stadt. Und jetzt gerne nochmal gemeinsam auf die Bühne Anna Scholz, vielen Dank, 20 Jahre jung. Und dann direkt Niklaus Hatzulea, 28 Jahre, beide hier stellvertretend für das Nachwuchsförderungsprogramm Body Xtreme Revolution. Das ist nochmal euer gemeinsamer Applaus. Vielen Dank und viel Erfolg, ich höre für die ersten Mithäfte dann. Dankeschön. Und ja, das waren jetzt die sehr definierten, aber es kann ja auch sein, dass im Publikum jemand steht, der sagt, ich habe mal Bock auf die richtig schweren Jungs. Und natürlich haben wir auch an euch gedacht, auch an euch in der ersten Reihe hier vorne und haben zwei für euch am Start. Den Anfang macht jetzt Manuel Dietz. Manuel ist 31 Jahre alt, mehrfacher Job 3-Athlet für die Deutschen Meisterschaft, bayerischer Meister, normalerweise startet er in der Klasse bis 100 Kilo, nimmt aber im Moment satte 110 Kilo für die Vivo Power Besucher auf die Bühne. Ja, fetten Respekt, rein für den Abschluss nochmal. Da hat er das ja verstanden hier. Sich das Beste für den Schluss noch aufzuheben. Wir kommen zum zweiten, dicken Junge in diesem Fall. Er ist noch Junior und er heißt Marius Strumpel. Ich habe gerade erweckt, Marius ist noch Junior, 22 Jahre jung und bereitet sich gerade auf die Deutsche Jorenmeisterschaft vor. Und jetzt brauche ich mich mal einen 110 Kilo Applaus für euch. Vorher! Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank Marius, viel Erfolg für die deutsche Unionmeisterschaft dann und um das Bild nochmal komplett zu warten, wir haben ja eine große Bühne, die können wir einfach nochmal voll warten, präsentieren wir nochmal alle Athleten zusammen zum finalen Postdown hier, das war die Body Extreme Show mit dem Atmungsprogramm Body Extreme Revolution. Vielen Dank Anna Scholz, vielen Dank Niklaus Hazzulea, uns danke Manuel Dietz und Marius Strumpel. Alle Infos rund um Body Extreme gibt es natürlich auf der zugehörigen Webseite body-extreme.de Musik Musik Das war's für heute.